Wir werden uns heute mit der Situation in Deutschland, mit dem Hochwasser, der Flut zu beschäftigen haben. Die Bilder sind unverändert, deprimierend. Es ist entscheidend, dass jetzt schnell unbürokratisch gehandelt wird. Es ist gut, dass am Donnerstag die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zusammenkommen, um darüber die Gespräche zu führen, wie man das am besten umsetzt. Wir haben ja die Maßnahmen von 2002 als eine Basis, auf der man aufbauen kann. Ich reklamiere nochmal, dass man sehr schnell einen Sonderfonds Flutopfer etablieren muss, damit schnell gehandelt werden kann. Das kann auch wie damals sehr unverzüglich geschehen. Wir sind auch bereit, jederzeit Sondersitzungen des Bundestags zu machen, damit es nicht an irgendwelchen Abläufen scheitern würde. Das ist absolute Priorität. Philipp Rössler hat auch eine Reihe von konkreten Maßnahmen vorgeschlagen, die wir voll unterstützen. Ich halte es auch für ganz entscheidend, dass wir sehr schnell ein Gesetz zur Hochwasserschutzbeschleunigung auf den Weg bringen, damit ähnlich wie beim Planungsbeschleunigungsgesetz hier die Fristen erheblich verkürzt werden. Es geht nicht, dass jahrelang diskutiert wird und nichts konkret umgesetzt wird. Wir werden wieder neues Hochwasser brauchen, um zu erkennen, die Zeit wurde erneut nicht genutzt. Das muss sich jetzt ändern. Das Konzept, das ich mit Philipp Rössler ja schon vor Tagen vorgeschlagen habe, Flutfonds, KfW-Programme ausrichten auf die Schäden durch das Hochwasser und das beim Bundesrat liegende energetische Gebäudesanierungskonzept zu erweitern, um Hilfen für Flutopfer dabei jetzt anzupacken, umzusetzen. Zweiter Punkt ist, Untersuchungsausschuss zur Beschaffung von Drohnen, das gute Recht der Opposition, dies zu fordern. 100 Tage vor der Wahl hat es natürlich seine Eigentümlichkeit und hier darf es nicht zu einem Wahlkampf auf Kosten der Steuerzahler kommen. Es gibt viele Personen, die hier dann zu hören sind. Im Untersuchungsausschuss, angefangen vom früheren Bundeskanzler Schröder bis Herrn Steinbrück, Herrn Trittin und Frau Künast, hier gibt es wahrlich dann viel Arbeit für einen solchen Untersuchungsausschuss. Dritter Schwerpunkt, wir haben die Anhörung des Bundesverfassungsgerichts zu den Maßnahmen der EZB, von denen wir auch in der Vergangenheit gesagt haben, sie sind grenzwertig. Leider wird Präsident Draghi ja nicht persönlich in Karlsruhe die Auffassung der Europäischen Zentralbank vortragen. Er hat sich darauf beschränkt, gestern im deutschen Fernsehen seine Einschätzung der Öffentlichkeit bekannt zu geben. Ich bedauere das, es wäre durchaus angemessen gewesen. Entscheidend ist, dass die EZB sich auf ihre Kernaufgabe konzentriert. Die Kernauffrage ist, Preisstabilität, Geldwertstabilität zu sichern in der Tradition der Deutschen Bundesbank. Wir sehen, dass es ja gleich dann typische Reaktionen gibt, etwa von Frau Wagenknecht, die ruft zum Abkehr vom Euro auf und stellt grundsätzlich alles in Frage. Da ist eben auch wenig wirtschaftlicher Sachverstand da. Nein, es gilt den Euro zu bewahren, aber richtig auszurichten, denn Deutschland hat auch davon sehr entscheidend profitiert. Wir haben nun ein weiteres Schwerpunktthema, Überwachung des Datenverkehrs durch die NSA, also National Security Agency der USA. Über das Ausmaß der Überwachung kann man nur bestürzt sein. Ich habe das Gefühl, ich werde einem schlechten Agenten filmen, was man da zur Kenntnis nehmen muss. Das muss auch von den Vereinigten Staaten klar aufgeklärt werden. Das Gute ist die Bundeskanzlerin, die sie auch beim Besuch des amerikanischen Präsidenten nächste Woche ansprechen wird, auf den Tisch der Gespräche legen wird. Es muss auch geklärt werden, ob deutsche Sicherheitsbehörden Daten ebenfalls genutzt haben. Der Innenausschuss wird sich damit beschäftigen und auch der Innenminister hat hier eine wichtige Aufgabe. Aber der konkrete Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig die Sensibilität der Freien Demokraten ist bei diesem Thema, bei dem Stichwort der Vorratsdatenspeicherung, dass man hier Sicherheiten einbauen muss, dass nicht alles, was technisch geht, auch praktiziert werden kann. Hier haben wir ein wichtiges Wächteramt auch für die Zukunft. Wir werden auch in der Woche, dieser Woche den Gesetzentwurf zur steuerlichen Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften haben. Damit ist auch durch das Verfassungsgerichtsurteil das, was wir schon lange wollten, auch beim Koalitionspartner möglich geworden. Wir wollen eine freudige Gleichstellung, auch beim Adoptionsrecht. Soweit ist der Koalitionspartner leider noch nicht. Aber wir werden weiter daran arbeiten. Es wird nach der Bundestagswahl von uns auch wieder auf die Tagesordnung kommen. Ich habe heute mit dem Interesse vernommen, dass die Bundeskanzlerin bei ihrem Vortrag und Überlegungen, die sie dargestellt hat beim BDI, davon sprach, dass sie erwartet, in der nächsten Legislaturperiode 50 bis 60 Milliarden Euro zusätzliche Steuereinnahmen. Und damit das, was sie vorgeschlagen hat, an Zusatzmaßnahmen als gedeckt ansieht, Wir bleiben bei unseren Prioritäten. Erstmal Finanzierungsvorbehalt wegen der Flut. Da wissen wir noch gar nicht, was im Endbetrag auf uns zukommt. Das Zweite ist, wir wollen natürlich den Haushalt schwarzer Null ganz klar erreichen. Und wir wollen auch wieder zur Schuldentilgung in Deutschland übergehen. Die Schulden nur nicht mehr zu erhöhen, ist eine, sie auch anzufangen abzubauen, ist das andere, was ja Bundesländer wie Sachsen und Bayern auch angefangen haben. Und weitere Verbesserungen kann man vornehmen, indem man die Aufgaben in der Priorität neu gewichtet. Und ich habe gar nichts gegen einzelne Ziele, die angesprochen sind. Aber bei 617 Milliarden Steuereinnahmen heute muss man in der Lage sein, auch durch Umschichtung mehr davon erreichen zu können. Wichtig ist bei den Strompreisen, die die Kanzlerin zu Recht beklagt, dass man das Energieeinspeisungsgesetz des EEG grundsätzlich neu ausrichtet. Das ist ein planwirtschaftliches Gesetz. Das muss nach Mengen hin orientiert werden. Das tut Not, das schnell anzupacken und zu verändern. Das ist für uns ein wichtiger Punkt. Letzter Ansatz, den ich noch vortragen will von meiner Seite, ist Mietpreisbremse. Was diskutiert wird, wir halten das für völlig falsch. Wir brauchen keine Mietpreisbremse. Wir brauchen ein Gaspital für Neubau, weil wir schon Engpässe haben, regional an verfügbaren Wohnungen. Es gibt ja auch die Regelung Ballungszentren, die Mieterhöhung zu begrenzen, auf um 15 Prozent in drei Jahren. Deshalb sehen wir den Ansatz, eine Mietpreisbremse einzuführen bei Neubauten für ein falsches. Im Gegenteil, wir wollen die degressive Abschreibung wieder reaktivieren, damit mehr gebaut wird. Denn ganz offensichtlich stellt sich es heute nicht als interessant dar. Sonst hätten wir mehr Wohnungen im Markt, als wir derzeit haben. müssen wir gar nicht mehr survival ein belief in, dass wir das nicht검 yaşern müssen, um 14 Prozent in drei Jahren. ... ... …